Odi, ich träum schon wieder. Hau mir eine runter. Ich bin ganz entzügt, dass ihr meine Einladung für heute Abend angenommen habt. Naja, uns in einen Sack zu packen, war nicht gerade eine Einladung. Man müsste wütend auf sie sein, weil sie uns entführt hat, aber ich liebe ihre Energie. Lass dich mal hin! Wenn ich es nicht zurückschaffe, erzähl meine Geschichte. Ich bin ganz entzügt, aber ich bin ganz entzügt.